Hacker lieben Herausforderungen. Okay, Leute, dann legen wir mal los. Okay! Ah, fuck! Whoa, 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 Josh! Backyard, dann mal los. Backyard. 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 Komm schon, Markus, spring rein, das Wasser ist toll. Kannst du losgehen? Immer hast du den ganzen Spaß. Oh yeah! Okay, alles ist vorbereitet. Bereit? Und fertig? Los! Weißt du, was fehlt? Atmosphäre. Dennis, ich bin kein Normal-OKI-Auto. Alle Einheiten, verfolgt ein Fahrzeug. Es passt auf die Beschreibung des Cybertriver-Autos. Wieder ohne. Es passt auf die Beschreibung des Cybertriver-Autos. Wir verarschen wie ihr Alba-Kops. Oh Mann! Ist das der Wachstum? Ja, das ist der Wachstum. Bleiben Sie für die Info-Stone. Aber aber George, in dem Auto ist kein Fahrer. Oh George, du musst dringend zum Augenhast. Heiliger Windmacht, in dem Auto ist kein Fahrer. Schlecken wir das Boot. Meinst du? Tja, absolut machbar. Ja, du musst den Boot einschalten. Wir verfehlen, wir fahren alle. Oh, was zur Hölle? Wir sind live vor Ort und erreichen Meldungen, dass das Cybertriver-Auto spektakuläre Staten in der Stadt ausführt. Das einzigartige Auto sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht ein Marketing-Gang für die zu vorstehenden Start-up-Action-Filmer Cybertriver. Wir können uns das Cybertriver-Auto bei seinem Rennen durch die Stadt genauer ansehen und offensichtlich hat es keinen Fahrer. Die Polizei verfolgt das Cybertriver-Auto. Halt, was ist das? Ja, wir sehen ein Logo an dem Auto. Da steht... Echt Hammer-mäßig. Haha, wuhu. Wuhu. Cool. Zentrale Migrägungen, gleich läuft er uns über den Weg. Galilei hätte gar nicht mit dem Studio arbeiten und seinen Ruf riskieren sollen. Ist okay, Josh. Weißt du warum? Nein, Sitara. Warum? Wir treffen sie da, wo es giga-schmerzt. Hahaha. Und jetzt das große Finale. Wir oberen. Das ist alles selbst. Das ist alles selbst. Zuerst hat es nur getröpfelt, dann BOOM. Die Zahlen hören nicht auf zu klettern. Das war ein gutes Ziel. Ja, aber... Wirklich? Findest du nicht? Nein, ich meine, klar, sieh dir die Zahlen an, aber... Ich weiß nicht, dass... Was sollen wir machen? Ich meine, so richtig. Herzielen. Oh ja, genau davon rede ich. Mhm. Ich weiß nicht, dass... Ich weiß nicht, dass ich Loud nicht auf meine Hue الأflur-